Jetzt darf ich die Technik bitten, die Grußworte unserer Schirmherrin Lisa Fitz einzuspielen. Die Audiospur haben wir fast in letzter Sekunde erhalten und freuen uns riesig. Liebe Menschen auf dem Stuttgarter Marktplatz, hier ist Lisa Fitz. Ich freue mich gemeinsam mit Oberbürgermeister Fritz Kuhn, Schirmherrin für One Billion Rising Stuttgart zu sein. Und natürlich wäre ich zu diesem Event sehr, sehr gerne persönlich erschienen, aber an diesem Tag habe ich schon selber eine Veranstaltung in Pforzheim. Ich danke euch allen, dass ihr auf den Stuttgarter Marktplatz gekommen seid und dafür, dass ihr euch mit allen anderen für ein Ende der Gewalt an Frauen und Mädchen weltweit erhebt. Dem Olga-Team und allen Teilnehmern wünsche ich viel, viel Erfolg und vor allem viel, viel Spaß. Erhebt euch, befreit euch und, das ist immer so gut, tanzt. Schade, dass ihr nicht dabei sein könnt. Ich grüße euch ganz, ganz herzlich, eure Lisa Fitz. Wie geil ist das denn, oder?